Willkommen zu einem neuen Video und wir zeigen euch was, was es Ende des Jahres auch in Deutschland gibt. Und zwar die neuen Coca-Cola Signature Mixers. Die sind speziell für Barfans oder für Leute, die gerne alkoholische Getränke mit Cola mischen, gedacht. Und zwar gibt es die in drei Sorten. Einmal gibt es die in Smoky, in Spicy, in Herbal und in Woody. Also ein bisschen Version Nummer 1. Es ist auch von bekannten Mixern kreiert. Es ist die Smoky-Version. Und die ist halt ein bisschen rauchig. Und man soll sich vor allem mal diese wunderschönen Flaschen anschauen mit dem Relief hier. In so einer, ja, hat so ein bisschen Style von Apothekerflaschen. Und hier hinten dieses Coca-Cola-Brand nochmal einrelieft. Ja, hier haben wir mal so ein bisschen. Dann gibt es noch die Variante Spicy. Dann gibt es noch mit Kräutern, Herbal. Und es gibt noch die Version Woody. Die wird so ein bisschen holzern, alt, lastig schmecken. Ja, wie gesagt, in Deutschland Ende des Jahres in vielen Bars bestimmt. Und wir werden in einem anderen Video euch einfach mal ein paar Getränke mischen. Und einfach den Geschmack erklären. Ja, das ist noch ein bisschen raus an. Danke. Ja, danke.